Ein Schlachtfeld mitten in Berlin. Eigentlich verbindet die Oberbaumbrücke in der Hauptstadt die beiden Stadtteile Kreuzberg und Friedrichshain. Doch einmal im Jahr verwandeln selbsternannte Gemüsekrieger die Brücke zwischen den vor allem bei jungen Leuten beliebten Kiezen zum Schauplatz eines ebenso wüsten wie feuchtfröhlichen Spektakels. Die Zutaten Mehl, Tomaten und jede Menge Wasser. Seit 1998 findet diese Gemüseschlacht statt. Dabei tragen die Streithähne ihre scherzhaften Feindseligkeiten über die Zwangsvereinigung der beiden Szene-Stadtteile aus. Friedrichshain und Kreuzberg wurden 2001 im Rahmen einer Verwaltungsreform zu einem vereinigten Ost-West-Bezirk zusammengefasst. Verbunden durch die Oberbaumbrücke über die Spree. Während bei Kritikern der Spaßaktion alljährlich die Beseitigung der Abfälle und eine Verschwendung von Lebensmitteln für Diskussionsstoff sorgt, amüsieren sich die Konfliktparteien zwischen Mehl, Fontänen und Gemüseresten blendend. Als Sieger aus dem feuchtfröhlichen Wettstreit geht auch in diesem Jahr Friedrichshain hervor, so wie in fast jedem Jahr seit 1998. 1998.